zack zack äh, du kommst weg, ne, du auch so, hop, hop, hop da hinten sind wir heims, also da ist ein bisschen aufpassen jetzt, ne, das war jetzt nicht zu früh quasi nicht zu früh das äh, was da rein da reinlassen, genau so, jetzt wollte ich sagen, ja, ja schwieriges deutsch, schwieriges deutsch dann gucken wir hier nochmal einfach so hin da, der Stein kann raus da wo, wo, nur diese Schicht hier, nur diese Schicht, genau da können wir jetzt mal einfach Erde drauf hopp 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 jetzt war eigentlich egal, aber mir würde es, ich weiß genau, dass mir das nicht gefallen würde, deswegen äh machen wir es lieber von vornherein gleich raus hopp 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 so, dem, dem, dem ok, hier, 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 ja war das zum thema neben vorbereiten eben gerade das ist aber stimmt schon der fünfte oder sechste versuch wer weiß ob ich jetzt überhaupt schaffen würde es quasi so durchzuziehen ohne gestört zu werden noch einer der kann zurück der kann auch weg auch mal drüben sondern welche und einfach überspringen das kommt schon ab und jetzt du noch hier da auch noch mal einer ach das ist eine naja war es ja halt ich meine ich halte trotzdem für eine super idee die ich hatte so hoffe ich jedenfalls auch für dich ist auch egal so kommt jetzt aber du hast Hunger ne so kannst du jetzt hier und komm raus los ach wird eh dunkel also heißt es doch wieder gleich fertig machen schnell schlafen gehen und dann schönen laufschritt springen wir jetzt darüber kommt schon kommen schon schneller nein es geht auch kacke dass wir das nicht schlafen ich mir erst schon noch einmal nach nein schnell schlafen schlafen kommt kommen kann ich ja da ist doch bestimmt irgendwas in meiner nähe oder da brennen sie da brennen die nachbarn ist das nicht schön wenn die nachbarn brennen ist das nicht toll vor allem habe ich das hier so schön zuschüttet ne um es jetzt quasi wieder aufzuschütten nur damit ich meine ja eine zwangsneurose quasi stillen kann ich könnte hier drüben die stelle gerade erstmal fertig machen aber nö ich mach einfach mal hier gerade mal hier so nicht so du kannst weg du kannst da rein, guck mal so wie breit wird das ungefähr ich würde ja fast sagen das war ruhig dann so hier noch doch ich würde sagen nehmen einfach hier das hier so wie es hier ist, oder? klar warum nicht so der kann schon mal, nicht zu früh, nicht zu früh, nicht zu früh, warte so, genau und dann brechen wir nämlich einfach hier durch und hier würde ich sagen genau, nehmen wir einfach hier oben so eine Schicht einfach nochmal ab so ja, doch, doch, so würde ich sagen könnte wir das doch schon praktisch fast lassen äh, hier vielleicht noch so ein bisschen hm, oder? ja doch, so ist gut, okay also, ne, gut ich meine, ich hätte auch da drüben erstmal fertig machen können, aber naja so, hopp, und machen wir noch keine hä? was ist das denn jetzt hier? was ist das denn? ja, jetzt haben wir so, da können wir nämlich dann ach, jetzt nochmal, wer sagt, jetzt haben wir eine unendliche Quelle hier jetzt können wir immer schön so Stück für Stück uns nach dort vorarbeiten so, da rein hin echt, das ist so, eigentlich geht's ja schnell, ne? im Grunde genommen geht's ja eigentlich ach, guck, was ist los so, hopp, und dann nochmal dort ein hin und ja mhm, mhm, mhm so, was machen wir als nächstes dann ich würde sagen, dann würde ich glaube ich erst die Sprengaktionen starten hm so drüben, die andere Stelle auch noch hm, hm hm, ab so, das kommt weg ja, das kommt aus so, und hier machen wir, würde ich mal sagen hm ja ja das ist mal auf, hier kommt vielleicht so, ne? ja einfach nur so naja, doch, doch, du kannst es lassen, wunderprächtig ne? da habe ich ja doch meine kleine eigene Insel bekommen, ne? selbst geschaffen so, jetzt drüben wieder weiter ich glaube, da konnte ich doch kleine eigene das glaube ich auch schon wasser äh, schippen, oder? boah, da kann ich oben die Schichten nö, wo die kann ich lassen, das muss nicht nö, die muss nicht weg, nö ach, stimmt, ich weiß auch schon wasser schippen, siehste, 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 so, da kommen wir ja hm ey, immer noch nicht, ich muss jetzt hier irgendwo mal langsam hm ja, wer sagt es denn endlich so hm, da, dann, hm wie sagt es denn, so ey, komm mal los, komm rüber, ab und ab so äh, hier kann man glaube ich ruhig mal so äh, du kannst da weg das hier vielleicht so ein kleines bisschen hm lass mal auf, ne? hm hm hm, lass mal auf hm du kannst weg, du kannst weg dann kannst du nämlich weg und du du und du hm hm so, wo noch? du kannst weg du hm 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 und du hier oben noch ha, gut, okay, dann musst du dich jetzt hier austauschen, ne? das können wir uns natürlich nicht so lassen hier das würde ja sonst total belöter sein hop, 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 aber ich sag keine große Sache so, wollen wir Wasser hm hm ach, geht da auch ja hm ach, eigentlich ganz schnell, oder? komm bist du eigentlich ganz easy, go easy nix, was großartig auffällt jetzt mal schauen, dass wir hier können wir Strömung haben so hop ja dort dahin nee, komm raus los das war's ja schon ja, stimmt so dann kommen wir pass auf, wie sehen wir noch ein hier bin ich voll, oder was? boah, das gibt's ja gar nicht boah, was brauche ich denn jetzt hier nicht? äh, sowas hier brauche ich zum Beispiel nicht, ne? dann ich tue die Erde mit so zack hm ähm, achso, hier wo da genau wo da genau, ah, hier hä? ich tue hier auf verstehe ich jetzt nicht, warte mal ja, jetzt ah pass mal auf hm ach, deswegen wahrscheinlich, pass mal auf ja genau, und nur deswegen also machen wir das einfach mal so so echt, kommst du weg so 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 und da du auch noch irgendwas so ja, haben wir doch unseren irgendwo, okay, jetzt sieht das nicht ganz so natürlich aus und hier drüben war es noch nicht, siehste ähm, dann möchte ich sagen so, den noch den ja, so können wir es lassen glaube ich so, du kannst weg noch, du und, äh, das hier, du auch noch so 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 toll und und aus da ne eh eh kein Platz dafür, siehste, irgendwas was wir wegschmeißen können hier was sind hier äh ach, Pilze, 45 Stück, so viele schon oh Gott ach, sorry, da kommen wir eben genug so ja, wir haben das ja erstmal wieder, ne ach, nö, jetzt, ach hm, jetzt hat das andere Türen auch geklauft, jetzt muss ich schon wieder Pause machen oder was ach, ja, gut, okay, also, ähm, ich sag mal bis gleich, ne so, ich muss mal schnell, jetzt, äh, schnell in die Tür, 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 Tür gut, okay, ich abstimme mich erstmal, äh, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, oder er gesagt, bis gleich, ne, also bis dahin, macht's gut, heute Milko, ciao, ciao, äh, ja äh, ja